Passend zur Ankündigung von NSM Records auf der eigenen Facebook-Seite, wo sie uns die fünf unterschiedlichen Cover-Varianten zu Interceptor präsentiert haben, welche im Dezember 2022 erscheinen sollen, gibt es heute in Kooperation mit dem BMV Medienshop, wo das Ganze im Verlauf des Tages freigeschalten wird und ihr euch eben hier die Mediabooks vorbestellen könnt. Da gibt es heute ein kleines, aber feines Gewinnspiel für euch, denn der BMV Medienshop hat uns hier ein paar tolle Actionfilme in der Keepcase-Variante zur Verfügung gestellt, und zwar von NSM Records. Hier haben wir diesen Stapel, bevor ich euch aber zeige, was hier alles drin enthalten sein wird. Ganz kurz der Hinweis, bleibt bis zum Ende des Videos dran, denn da werden wir dann auch noch den Gewinner ziehen vom Hellboy Mediabook und dem Hellboy Comic von CrossCult. Also bleibt da dran, falls ihr euch eben hier eingetragen habt. Und wir gehen jetzt hier mal ganz kurz den Stapel durch, damit ihr sehen könnt, ob das überhaupt was für euch ist. Wir hätten hier Snake Eater zum einen, dann hätten wir Snake Eater 2, außerdem haben wir die Todeskandidaten 2 hier, dann hätten wir noch Hulk Hogan in Ultimate Weapon, außerdem hätten wir noch in Cold Blood, dann hätten wir noch Truck Turner, außerdem haben wir noch das Auge des Killers, dann haben wir noch The Prophets Game hier, mit Dennis Hopper, und zu guter Letzt hätten wir noch James Woods in Bestseller. Also ich finde, allein die Aktion vom BMV Medienshop hat mal wieder einen Daumen nach oben verdient, und falls ihr euch für diesen Stapel interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, verseht das Ganze mit dem Hashtag, wie soll es anders sein, BMV Medien und schon seid ihr hier mit dabei. Dann können wir hier eben rüber gehen in die Bildschirmaufnahmen im BMV Medienshop, habt ihr eben auch noch die Möglichkeit, hier euch Halloween 3 zum Beispiel zu bestellen, auch von NSM Records, ihr seht, so schließt sich natürlich der Kreis, und wie gesagt, für Interceptor guckt ihr einfach im Verlauf des Tages nochmal im Shop vorbei, und da wird das Ganze dann gelistet und freigeschaltet sein, und das Ganze dürfte dann schon zu humaneren Preisen sein, als aktuell bei Amazon, denn da ist das Ganze wieder gelistet zu einem Preis von 47,99 Euro, also keine Ahnung, was da los ist, aber gut, dass es eben hier noch Alternativen gibt. Wir starten jetzt mit den Blu-Ray News und Best Buy. Da haben wir eine Vorschau auf das komplette Steelbook zu Pulp Fiction jetzt, und hier haben wir die Vorderseite, die Rückseite und auch den Innenprint. Ich muss sagen, der Innenprint ist mit das Beste an dem Steelbook, ansonsten trifft es nicht meinen Geschmack, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, und ich bin mir sicher, dass das Steelbook durchaus seine Freunde und Abnehmer findet. Das Ganze erscheint in einer 4K Ultra HD plus Blu-Ray Edition, auch bei uns in Deutschland, hier eben mal Best Buy als Vorreiter mit dem Vorschau-Bell. Dann hätten wir noch Carry, das Original von Brian De Palma, hier in einer Steelbook-Edition. Ich habe darüber berichtet, jetzt gelistet bei Amazon.com, und hier haben wir einen neuen 4K-Scan, wie wir das lesen können, vom Original Kameranegativ. Das kennen wir ja von Shout Factory, dass die immer wieder ein paar neue Master hier anfertigen lassen, aber geizen dann schon damit rum, dass man irgendwelche anderen Labels so weiter sublizenzieren. Und mal gucken, ob hier irgendwie, zeigt mal mal, jemand ein Label hier in Deutschland auf dieses ganze Master zugreifen kann. Wäre bestimmt auch nicht schlecht. Genauso verhält es sich mit Coraline, nicht Caroline, wie ich immer fälschlicherweise sage. Aber einmal hast du den Hund drin und dann kriegst du ihn auch kaum wieder raus, wobei es hier ja eher um Katzen geht. Aber gut, hier haben wir auch den Hinweis auf der Rückseite, dass wir ein neues 4K-Master haben und dann noch einen neuen Dolby 7.1 Atmos-Mix hier. Also das ist doch nicht schlecht. Und genauso verhält es sich dann hier mit Normen oder Paranormen. Besser gesagt, auch hier gibt es ein neues 4K-Master und eine neue Dolby Atmos 7.1 Spur. Dann machen wir weiter mit Black Christmas, dem Original von 1974. Auch dieser Film gelistet bei Amazon.com in einer 4K-Ultra-HD-Plus-Blu-Ray-Edition bestellbar zum 6. Dezember 2022. Hier eine Collectors Edition mit dem bekannten Motiv vorne drauf. Also das ist doch auch richtig klasse. Dann machen wir weiter mit Mediabooks und sind hier bei JPC Deep 4. Hier eine Kooperation aus Frankreich und Belgien, die zusammen hier diesen Zombie-Streifen produziert haben. Da geht es um ein paar Studenten in Paris. Die steigen die Katakomben runter, treffen dort auf einen Bunker, wo ein paar Nazi-Zombies hausen. Und dann nimmt das Unheil halt wieder seinen Lauf. Bestellbar zum 16.12. hier in einer Mediabook-Cover-Variante Blu-Ray-Plus-DVD. Dann hätten wir noch hier, Schuld daran ist Rio von Hanses Sound. Das Ganze ist jetzt hier auch bei Amazon gelistet. War ja zuerst gelistet bei JPC. Jetzt eben hier bei Amazon genauso wie Monty der Millionen-Erbe. Und als Release-Datum haben wir dann hier den 11. November 2022. Und bei Schuld daran ist Rio dann den 21. Oktober 2022. Dann machen wir weiter mit Bestien Lauern vor Caracas. Wo bestellbar? Natürlich The Place to Be. Und zwar dem BMV Medienshop hier mit Cover-Variante A. Dann haben wir auch noch Cover-Variante B. Hier, die sieht auch nicht schlecht aus. Ich mag diese alten Retro-Cover. Also richtig geil erscheinen soll der Film dann zum 28. Oktober 2022. Preislich sind wir hier bei 29,99 Euro. Cover-Variante C ist leider hier nicht gelistet. Habe ich aber im Verleihshop gefunden. Auch hier eine Alternative sozusagen. Da hätten wir dann die dritte Cover-Variante. Und die kann sich durchaus ebenfalls sehen lassen. Dann hätten wir noch Deadly Games. Tödliche Spiele. Da geht es um einen Killer, der eine Teenagerin ermordet. Deren Schwester möchte dann auf eigene Faust den Killer schnappen. Schließt sich ihrer Freundes, klicke der Schwester da an und versucht dem Killer auf die Spur zu kommen. Der mit seinen Mördern immer vorher schon per Telefon kommuniziert. Und ihnen dann ein paar tödliche Fallen stellt. Zeitgleich zum Mediabock erscheint hier auch die Keepcase-Variante. Das finde ich löblich. Da sind wir bei 11,99 Euro zum 21. Oktober 2022. Dann hätten wir noch was mit Don Lee und zwar The Roundup. Hier geht es eben um ihn und seinen Kollegen. Die ermitteln in einem Fall, jagen einen Gangster von Seoul bis nach Vietnam. Da dürfen sie eigentlich gar nicht ermitteln. Geraten dann zwischen die Fronten und müssen sich in einem Land, wo sie eigentlich gar nichts machen dürfen, durchschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich freue mich drauf, ab dem 9.12.2022 dann hier zum einen in einer Mediabock-Edition verfügbar. Und zum anderen erscheint hier zeitgleich auch noch die Keepcase-Variante. Also das ist doch auch wunderbar. Das macht Cape Light richtig gut. In diesem Fall bei Rover the Top haben sie es ein bisschen darauf ankommen lassen. Ich meine, den Film hätten sich Freunde des Films, glaube ich, sowieso alle in diesem geilen Mediabock geholt. Das langsam vom Bestand her zur Neige geht. Bei Amazon und so schon gar nicht mehr gelistet. Wer sich da noch eins sichern möchte, der sollte schnell sein. Ansonsten hier eben die Keepcase-Variante ab dem 28. Oktober zu einem Preis von 12,95 Euro. Aktuell gibt es im Cape Light Shop noch eine Aktion. 20% Rabatt auf ausgewählte Filme. Hier haben wir dann natürlich Genre, Science-Fiction-Horror und Horror-Spooky-Killer-Geschichten eben. Also falls ihr euch dafür interessiert, schaut doch gerne im Cape Light Shop vorbei. Dann hätten wir noch das Ding aus einer anderen Welt von 1951. Das Original sozusagen. Der Film von John Carpenter mit Kurt Russell war ja schon das Remake sozusagen. Beide Filme habe ich schon im Zuge eines Horror-Oktobers mal besprochen. Guckt da einfach auf meinem Kanal eben vorbei. In die Suche eingeben The Thing. Und dann erfahrt ihr hier auch noch mehr über das richtig gute Original. Wird veröffentlicht von Filmjuwelen hier auf Blu-ray zum 3. Februar 2023. Da haben wir noch ein paar Tage hin. Aber es erscheint hier auch Wayne's World 4K Ultra HD. Na, wisst ihr noch, als ich euch gesagt habe, guckt mal was hier bei Amazon.com. Der Vorreiter sozusagen für die Blu-rays und Filme und auch eben die 4K-Scheiben, die auch bei uns irgendwann erscheinen werden. Und da habe ich schon gesagt, da waren wieder ein paar Schlingel unterwegs, die uns zuerst das Steelbook untergejubelt haben. Zum Jubiläum und jetzt eben erst die 4K-Variante nachschieben, hätten sie doch gleich in Steelbook packen können. Also, so ist es eben ab dem 8.12. hier verfügbar. Genauso verhält es sich mit ein Ticket für zwei. Da ist ja auch zuletzt ein Steelbook erschienen. Jetzt eben auch hier die 4K-Ultra HD-Variante zum Weihnachtsgeschäft sozusagen. Dann hätten wir noch Halloween Ends und der dürfte vielleicht nach Weihnachten, aber noch dieses Jahr vor Silvester erscheinen. Guckt man hier auf das Datum, 29.12. Klingt jetzt nicht nach dem typischen Platzhalter 31.12. Also es könnte durchaus sein, dass der Streifen noch dieses Jahr erscheint. Das wäre natürlich auf jeden Fall geil und ich freue mich mega drauf. Wäre ins Kino gehen und dann bekommt ihr hier auch noch eine Review. Wir schließen die Trilogie oder schließen die Trilogie sozusagen ab mit den neuesten Halloween-Streifen, die hier zuletzt 2018, glaube ich, angefangen haben mit Halloween, eben dann Halloween Kills und dann Halloween Ends. Also ich habe da richtig Bock drauf. Dann gibt es noch was für Serienfreunde. Better Call Saul jetzt hier in der Amazon exklusiven 6. Staffel zu bestellen für den 8. Dezember. Auch hier natürlich die ganzen Serienboxen vor Weihnachten. Genauso verhält es sich dann eben mit Narcos. Die komplette Serie Staffel 1 bis 3 haben wir hier auf 9. Blu-Rays soll dann zum 2. Dezember erscheinen. Ein Preis ist hier noch nicht veranlagt und ein Vorschaubild auch nicht. Wird aber bestimmt auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und da haben wir dann auch noch eine gute Nachricht. Meine lieben Freunde, ihr seht es hier. Ich hatte Glück, eines Nachts, als ich hier wieder an irgendwelchen Videos gearbeitet habe, habe ich eben auf Refresh gedrückt auf der Seite von Amazon. Und plötzlich hier neu ab war die UCE Ultimate Collectors Edition verfügbar. Und ich konnte es bestellen, wie ihr hier sehen könnt. Und schwuppsdiwupps, einen Tag später ist schon nichts mehr davon zu sehen. Und ich muss jetzt abwarten, ob das Ganze wirklich zu mir nach Hause kommt oder nicht. Ihr seht es hier. Veröffentlichungstermin ist Donnerstag, der 6. Oktober. Zustellung erst am 11.10. Ein bisschen komisch. Also Daumen drücken, meine Freunde. Aber vielleicht gibt es dann hier wirklich doch ein Happy End für den Manuel. Das wäre doch mal eine Story, oder? Dann haben wir noch ein Kinoplakat, das offizielle Kinoplakat zu Matt Heidi Swissploitation. Der erste Film sozusagen aus der Schweiz, wo es richtig abgeht. Und da freue ich mich ebenfalls schon sehr darauf. Werde das Projekt weiter begleiten, auch zum Kinostart. Da wird es auch noch eine Review geben, sofern alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Und auch noch mehr dazu. Und ja, das wird ein Heidenspaß. Da bin ich mir auch richtig sicher. So, jetzt gucken wir noch, wen wir von euch glücklich machen können. Wer sich hier alles eingetragen hat, bei der Verlosung zum Hellboy 2 Mediabook und dem coolen Comicbook von CrossCult. Also ihr seht es hier, Überprüfung ausstehend, ist nichts mehr. Ich habe alles freigeschaltet. Wie man sehen kann, dann haben wir hier eben den Link zum Video. Den nehmen wir uns jetzt. Hat er den erwischt? Mal gucken. Das machen wir so rein. Hashtag war Hellboy ohne 2. Hellboy. Das ist immer. So, und hier die Rechenaufgabe noch lösen. 5 Get Comments. Oh, 131. Klingt ja schon verdächtig nach den Paragraphen, oder? Ach ja. Also dann, was ist denn das? Okay. Dann klicken wir mal hier drauf. And the winner is, and the winner is. Lord Majestic. Herzlichen Glückwunsch an dich. Coole News. Ricky ist endlich frei. Zusätzlich auf UHD. Das ist auch geil. Hellboy 2 Film ist super. Auch das Comic. Also, da freut sich einer richtig darüber. Das ist doch eine tolle Sache. Und deswegen schreib mir deine Adresse bitte per E-Mail. Und dann lasse ich dir deinen Gewinn zeitnah zukommen. Und an alle anderen, falls ihr eben Bock drauf habt, dann eben tragt euch ein für dieses Gewinnspiel hier. Wie gesagt, Hashtag BMV Medien. Dann seid ihr dabei. Und das werden wir dann auch in ein paar Tagen hier auslosen. Denn da warten noch ein paar richtig coole Sachen auf euch. Falls noch nicht geschehen, deshalb Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Da verpasst ihr keine weiteren Videos, keine weiteren Gewinnspiele und auch nicht, ob ihr was gewonnen habt oder nicht. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus.